Pro 7 und Sony Ericsson präsentieren Pro 7 Love Boat On board the Captain Sir Colin, First Officer de Samurai, Metro de Cabine Gsenia Jumiceva und de Freeza als Deckhand. Vom 8. Mai bis zum 5. Juni werden 5 Schweizer Seen gerockt und du kannst mit an Deck. Finde heraus, wenn die Pro 7 Love Boat Crew in deiner Nähe andockt und check die weiteren Infos auf www.pro7-loveboat.ch Pro 7 Love Boat wird unterstützt von Mobile Zone, Striker Beer, Got2Be und Flashlight.